Ist das wirklich so, ne? Eigentlich schon, ja. Jetzt fehlen nur die Kisten am Matherberry Skywars. Es gibt Kisten, glaube ich. Ernsthaft? Gibt's Kisten? Ich glaube, es gibt Kisten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es Kisten gibt. Ich hab den Sponsor gebaut, aber ich weiß nicht, ob es Kisten gibt. Perfekt. Uff, Gott. Naja. Du hast da X-Minds, Lutz. Ist aber gut, du craftest halt. Tja, ein bisschen gefällt. Ja. Ja, wollen wir da noch fliegen, oder? Im Backpack sind, ja. All life, ja. Sind's oben. In nem Offhand? Ja. Haben wir auch ein Buch schon. Ja. Das ist sehr gut. Sehr, sehr zu schlau. Wollen wir schon ein bisschen weiter runter, weil... Da kommt ein Dschungel. Wann bekomme ich Dallet Titan, äh, 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 ähm, Dallet Titan 3 Flashbacks? Nee. Haha. Nicht klar. Das sieht mir sehr nach einem Jumphiel aus, sogar. Was? Haha. Naja, das muss ich selber, ne? Wollen wir in den Dschungel rein? Ja, ne? Ja, guck mal. Ich hab mir noch ein bisschen Abscho. Ja, dann lass hier oben auf den Berg probieren zu landen. Ich glaub ich komm nicht mehr so weit. Ja, dann lass hier noch ein bisschen drauf. Ja, dann lass hier noch ein bisschen drauf. Du brauchst es ganz happy. Erh, sonst. So, eigentlich, Until. Hahaha. Hö, Schmerchste. Ich hab keine Laulhe. Aaaah. Ich muss hier mal Steinschnecke machen. Ja, ja dann. Oh, wir haben das so mitzupf. Sonst bin ich überproduktiv. Das ist auch ein paar hier. Bitte schön. Nein, das ist auch ein paar. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Nachtiger maximal gebrochen. Das war natürlich mit Absicht. Ja, ja. Ich baue noch eins auf. Ich hab mal dich gehittet, damit der Kuh dann weg ist. Achso, ja, aber dann mach ich irgendwo. Waren wir jetzt runter oder waren wir irgendwie hier oben? Ich weiß nicht. Ein bisschen mehr essen wäre halt schon nicht schlecht. Ja, dann lass gleich weiter. Also ich baue noch den ab. Also von mir aus können wir auch runter. Nee, nee. Wäre schon nice, glaube ich. Okay. Okay. Ist da Zuckerhunde? Echt Hühnchen und so? Ja. Hier ist auch eine Cave. G4 könnten wir auch runter. Wollen wir, oder? Keine Ahnung, können wir von mir aus. Problem hätte ich damit nicht. Ja, äh, könntest du abbauen kurz. Ich hab nichts. Äh, Holz? Oder, also. Nee, nee, Stein. Dann könnte ich mir direkt eine Steinspitzzacke machen. Das wird, glaube ich, smarter. Ja. Ja. Ich geh auch direkt Eisen. Dankeschön. Ich hol mal das Eisen. Ja. Oh, Fallschatten. Gibt's schon? Nee, die Schütze ist auch schon so wild. Ja, hab ich nicht. Habe ich nicht. Und da ist es dort. Ich konnte ignoriert. Oh Gott, da ist eine Witch. Ich versuche ganz schnell die Witches zu bauen. Ja, muss das. Wenn nicht, bau dich irgendwie alle. Okay. Äh, die Witches ist dort. Okay, nice. Ja, dann lass die einfach kurz runter. Ja. Runder bauen. Dann gleich Ofen machen. Ja. Ich werde hier drüben runter. Weil hier geht's weiter. Der hier ist jetzt richtig fett runter. Oh, sehr gut. Weil da sind halt auch Mobs. Ich dachte gerade, das ist Lava. Ja. Es wird dann aber leuchten. Das ist der Unterschied. Ja. Ansonsten gibt's keinen. Äh, hier sind zwei Skelette. Oh Gott. Nee, zielend. Eins ist los. Okay, nice. Nice. Geht's? Ja, ja. Da ist noch eins. Vorsicht, der ist offen. Baby Zombie, Baby. Baby Zombie. Oh Gott, ist hier viel. Ja, lass kurz zurück. Lass kurz zurück. Nicht, dass wir hilft. Ja, die können hier im Wasser nicht hoch. Das ist sehr gut. Ja. Ich hab kurz Worte gebaut. Wie sollen wir gegner killen, wenn wir gegen Mobs Probleme haben? Ja. Ähm. Komm mal ein bisschen. Ja, hier ist Eis. Das brauch ich noch was gesagt. Okay, okay. Wollen wir schon mal erst melden? Kurz? Ja. Kannst du die Werkbank platzieren? Ich hab keine. Ich will jetzt nicht Holz dafür. Äh. Sehr Dank. Danke. Schau mal. Ja, warum mache ich jetzt Zepti überhaupt an? Ja. So. Kann ich auch schon mal ein Eis noch anpacken. Heeey. Ich probiere mal die Mobs hier ein bisschen loszuwerden. So. Kann ich auch schon mal ein Eis noch anpacken. Heeey. Ey, so ein gutes Team. Wir Böses-Mobs. Ja, wenigstens besser als Braten, Digga. Der würde jetzt am Quick-Offscher... Höchstwahrscheinlich, ja? Das wäre so ein richtiger Braten. Ich würde am besten seinen Mates noch nicht sagen. Das ist sein Mates. Boah, einfach besser. Besser als Braten. Oh, Digga. Braten wird nicht umschreien. Achtung, Heike, was machen die? Ah, ja, GG. Oh, hier ist Citrine. Bauer ab. Geht das erst mit Eisen? Ja, das geht mit Eisen erst. Ich hab vier Eisen. Warte. Hier, Crafting. Soll ich Eisen? Ich mach mal Eisen. Ja, mach ne Eisenpicker. Ach, Digga, der eine Hotkey geht nicht. Wir sind sogar zwei zu sehen. Warte, ich baue ab. So, wir brauchen noch Eisenofen dafür, ne? Ja. So, und hier ist da noch was. Ich kenne mich doch aus. Warte, ich... Ansonsten würde ich hier jetzt einfach schon mal die Eisenspitze geben und ich würde weiter hier smelten. Ja, ich guck ja grad, von wo die ganzen Mob geräusche kamen. Ja. Warte, ich guck mal hier drüben. 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 Wir sind hier halt schon auf Höhe 37. Oh, hier ist noch mehr zu tun. Ey, was sind denn diese Kack-Mobs? Aber das heißt doch irgendwie, dass eine große Cave in der Nähe ist, ne? Also... Ja, ja. Aber ich find's ja aber nicht. Nein, Bonner. Äh, darf man dieses Dings dann haben? In welche Richtung? Also dieses Gehörlosen? Äh... Ich glaub nicht, dass davon irgendwas in den Regeln stand. Ähm... Hat man... Also ich weiß nicht, wie man einen Eisenofen craftet. Einfach Ei... Einfach wie ein Ofen, nur mit Eis. Okay, ich hab nicht genug. Dann... Hier ist eine Witch. Ich glaub in die Richtung. Warte. Ist alles mitgenommen? Hier sehr... Sehr, sehr... Ich hab alles. Ich hab auch die... Werkbank und so. Das O will ich nicht vergessen. Warte, ich... Warte mal hier so ein bisschen straighter. Nö, hier ist nichts. Jetzt mal ehrlich, wo ist denn das? Nichts. Wo sind die? Wo? Wo Eisen? Was? Ich kann gleich Eisenofen machen. Dann können wir schon mal... Zitrinen Sachen machen. Okay. Was ist das... Was ist das doch sein? Vielleicht sogar über uns. Ich weiß nicht. Ich gucke gerade. Ja. Ja. Wir haben auch noch diese Suppen. Erstmal lieber die, weil... Die kann man nicht stacken. Ja. Das ist, glaub ich, smarter dann für einen Fight, sich die Kartoffeln aufzuheben. Ja. Hä? Wo ist denn das? Das kann doch nicht sein. Oh, wir werden das ein bisschen mit Tom tun. Ich glaube, das ist über uns. Die Tür kann halt so... Es ist so, ja. Ich... Ich hab meine... Es bleibt hier der Sound. Also irgendwas ist hier. Ah, hier ist Eisen. Ich meinte, was ist denn zu Eisen? Oh, hier war laut. Ich will noch mehr Eisen. Die Zombies fühlen mich einfach mehr zu Eisen als... Oh, meins ist kaputt. Hier ist extrem laut. Ich weiß nicht. Ja, bin da, bin da. Nice. Finally. Warte, ich... Ich mach mal direkt ne neue Spitzhacke. Also die ne Eisenspitzhacke, dann kannst du auch farmen. Hat dir lang genug gedauert. Das mit dem K finden. Ja. Komm mal hier. Eisenspitzhacke. Und ich mach direkt auch Eisen in den Ofen. Ja, ich hab auch noch 6 Iron. Ja, ja, ich hab... Äh... Citrin rein. Cola hab ich keine mehr. Ich hab keine mehr. Okay, nice. Dann können wir uns schonmal... Dann können wir uns schonmal Titan Greatsorts machen. Ne, Titan Greatsorts nicht, aber... Ne, äh... Citrin Greatsort nicht. Ja. Ja. Ja, ist dasselbe. Ja, ja. Vom Schaden her, auf jeden Fall. Ich baue mal hier alles wieder. Ach komm, ich... Ich baue mal ein bisschen den Gang zu. Auf Safety. Ich baue jetzt hier die Cave Looten. Ja. Ist das ne Cave, die auf Höhe Null... Äh, nicht auf Höhe Null, aber... Die führt auf... Niedrige Höhen. Ich würde die Lava mal stehen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Ne, wir können's ja sowieso grad noch nicht wegmachen. Weil wir können Wasser haben. Ja, ja, ne, aber mit Blöcken könnte man die schon. Hier ist Wasser. Okay. Ui. Und ich bin auf Höhe 12. Aber, ja, hier endet die Cave halt auch. Ist auch Blau bei mir auch für 11. Okay, okay. Aber, ja. Sehr nice. Ist hier Brault gefunden? Für Late Game, sehr wichtig. Ja. Okay. Verstehe ich nicht, wir können denn jetzt immer noch Kills verhalten. Save irgendwelche Cave-Kills, die verfolgt wurden in den Cave oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja, ansonsten. Ja. Warum sollte man jetzt noch oben sein? Weiß ich nicht. Oh, hier ist ein Creeper. Ah, besser als Braten. Ähm, weißt du noch circa die Koordinaten vom Eisenofen? Nicht, dass wir den verlieren irgendwie. Ähm, ich weiß, wo's ist. Ich kann da gleich wieder hingehen. Ich bin jetzt hier auch beim Lavasee. Der geht halt so tiefer runter. Ah, hier bist du sogar. Okay. Wir sind im Gleichen. Gleichen Garten. Und dann hier. Oder? Autsch. Autsch. 10 Citrin haben wir schon mal. Ich würde noch warten, bis 2 gesmeltet sind, damit wir uns beide Graces machen können. Das Close Zone von der Hexe kann man auf jeden Fall noch gebrauchen. Das behalte ich mal. So. Ja. Ich... Hier ist insane viel Eisen. Brauche ich mal alles brab. So. Kannst du mir kurz... Kannst du kurz ein Workplace stellen? Achso, ja, warte. Ich komm zurück. Wo bist du? Hier. Äh, ja, hier. Warte. Hier ist auch noch weiter. Ja, hier ist extrem viel. Digga, was... Was war das für ein Hit? Der war ja gekommen mit des Guft. Oh. Äh, ich rack mal kurz mit der Suppe. Da drüben ist auch noch Citrin. Ja. Hier ist insane viel, also. Ich glaub, was das angeht, sind wir gut. Oh. So. Ah, ich hab ne Leder. Ne, da haben wir den Roboter bekommen. Ja, nice. Äh, ja. Ich hab ja jetzt schon bessere Staff als dann im Endgame. Hier, Citrin Greatsort für dich. Dankeschön. Oder? Ich schmeiß mal meinen Steinschwert weg. Ja. Oh, hier ist richtig viel Eisen. Ja. Oh, wir haben gleich gekickt. Hast du Eisen auf und hast du mitgenommen? Äh, ne, 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 ne. Ja, aber ich weiß, wo das ist. Wir können ja die direkt ein und einmal aufnehmen. Achso, oder? Ja, ich würde direkt jetzt danach noch gehen. Wir können insgesamt vier aufnehmen. Statt, ob man das im Regel wirkt. Ja, vier. Vier folgen. Mit der halt. Ja. Hier ist nur noch Redstone. The Cave is here dead end. Okay. Okay. Gut, das war's mit der ersten Folge. Ja. 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 Ja.